Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Welt Royale über ZBD 3. Ich hab's ja beim letzten paar drauf gesehen verwechselt, welchen Punkt der richtige ist. Aber jetzt machen wir's richtig. Goku. Was? Kaioshin, was machst du denn hier? Unten bei uns? Da gibt etwas, das mir Sorgen macht. Eine seltsame, sehr präsente Kraft. Aber es ist nicht Majin Buu. Die Kraft habe ich noch nicht bemerkt, aber ich werde darauf achten. Danke Kaioshin. Ich hoffe, dass das nur meine Einbildung war. Ich gehe jetzt zurück in meine Kaioshin-Welt. Pass auf, dich auf. Sehr gut. Aber wovor ich da runtergehe, ich kontrolliere wieder mal, ob hier irgendwo mein Vierfaches an Goku ist. Bei dem muss ich irgendwo hier auf den Inseln bekommen. In welcher Insel das war, weiß ich leider nicht. Das ist doch okay. Deswegen kontrolliere ich halt ganz so gut wie wirklich die. So. Egal, ich komme jetzt wieder mit dir, das ist auch so zu weit. Schnelldurchgang. Oh, ich bin super Vegito. Okay. Schön. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Und. So. Hallo. Verdammt. Das ist gemein von dir. Nur ich darf das machen. Ich habe das nicht verstanden, Buu. Oh, da kann ich jetzt gerade diese Energie-Scheiße. Sound-Effekt-Fail. Oh Gott. Ja, ja, ich quitte. Ich muss, als war. Und jetzt geht's in Buu weiter. In Buu, in Buu. Da hoch wie zu Mu. In Buu, in Buu. Okay. Hey, UK. ja jetzt lebe hoch attack ist nicht jetzt kommt weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht weiter geht weiter geht weiter geht weiter geht so da geht's jetzt aber ja viel vier fahrer vier fahrer jetzt kriegen wir endlich den vier fahrer kuckoo 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 wieso hat mein Körper verändern und wo habe ich diese riesige Kraft bekommen oh gut ich werde es später herausfinden müssen ich muss weiter gehen Ja man, ja man, ich hab Super Saiyan 4, ich hab Super Saiyan 4, Super Saiyan 4, yeah, endlich, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, jetzt gehen wir mal zur westlichen Hauptstadt, da ist nix, wo ist denn der westlichen Hauptstadt nix, da blinkt's nicht? Goku, wohin willst du, und getrennt von Majin Buu? Kaishin, du fühlstest doch sicher auch diese böse Energie, ich werde es dir mal anschauen, wie geht der passt auf Buu auf, aha, ich verstehe, aber dann nimm bitte dies hier mit und komm bald zurück, ah, danke Kaishin, okay, ich werde bald zurückfällen, Universum 8, ach, dann geh ich jetzt grad gar nicht auf Buu zu, sondern gleich auf diesen Punkt, oder wie, egal, ich speichere jetzt erstmal kurz, was ist wieder für Boxing, oder wie geht der? So, aber ich gebe uns jetzt die Broly-Ton KUKURUUT! my name is Goku! Ja, geta! You, I know you! I see, you've been searching for me for a long time, haven't you? Kakarot, Kakarot! So. Hey, okay! Let's drop this top! Oh, ja, baby! Ich nie weiß, vierfaches Ergucken zu sein in diesem Spiel. Hey, you okay? Ja, man! Woah, der hat beide geschnitten. Oh, nein, er geht hier. Okay, dann machen wir jetzt mal geschnitten. Das ist ein Schade. Vielleicht in einer anderen Welt, du und ich können uns als Freunde beantworten. Burly. Ah, ich glaube, ich habe einen schnellen Moment. Was ist das? Das Papier fällt einfach aus dem Meer? Weird. Fuse mit meinem Vater und kämpft gegen uns. Wir werden uns warten im World Martial Arts Tournament. Was ist das? Wer sind Trunks und Goten glaubt, dass sie sie füllen? Ansonsten, ich frage mich was, wenn ich Vegeta und ich füge? Vegeta, ich denke, eine Fusion ist die einzige Art, dass wir ihn verletzieren können. Aber wenn du noch nicht gegen ihn bist... Nein, ich füllen mich nicht! Ich kann mir selbst sehen, was wir gegen uns. Ich werde die Füge dumme, Kakarot. Das ist großartig! Jetzt füllen mich sehr. Wir brauchen diese Bewegung in perfekte Symmetrie. Wie das. Fü... Jun... Ha! Was? Ich habe nie gesagt, dass ich etwas verdammelhaft getan habe. Haha. Ich mache das einfach mit Kakarot. Fü... Jun... Ha! Ich bin weder Goku, noch Vegeta. Ich bin derjenige, der dich verletzt wird. Hm. Ich wüsste, dass ich wirklich Vegeta auf das zu reagieren kann. Aber wer weiß. Ich gehe und sehe. So. Jetzt muss ich aber erstmal wieder ein bisschen die Sachen durchsuchen. Was ich auf jeden Fall noch U bekomme und den... Ja, was will ich mit dem Dragon Radar so spät noch? Äh... Wie gesagt, dass ich noch auf jeden Fall... Oh, was ist denn das? Ach, okay. Wie gesagt, ich will nämlich auf jeden Fall noch U-Pardon. Super Saiyan 4 Goketa. Ah, Goku, schau dir das mal einmal an. Hm, ist das nicht ein Dragon Radar? Wo kommt der her? Seltsam. Auch wenn ich ihn einschalte, zeigt er nichts an. Dabei scheint er nicht kaputt zu sein. Das habe ich ja noch nie erlebt. Aber ich werde schon noch herausfinden, was damit los ist. Tja, tut mir leid, aber lass mich wissen, wenn du etwas entdeckt hast. Okay. Das ist jetzt die eine Sache. Das heißt, danach kommt der 4 Kaffer Super Saiyan Kampfer. Schon mal eins, jetzt weiß er gut. Schon wieder Geld. Ja, wie viele Sachen vor einem rumliegen, ist ja nicht normal. Dimmlis erholt. Ja, ich würde jetzt zu Hause, ich gehe einfach mal rein. Ja, ich habe wieder etwas gefunden. So. Wettkampf. Ja, ich weiß nicht. Na, ich habe alles zu Hause. Ja, du musst gehen. Ja, du musst gehen. Ja, du musst gehen. Du glaubst, ich will nicht sagen, dass ich mich ohne mich verletzen wie ein HPerfüller? Du bist ja. Du bist ja. Das ist ein viel besser Ort. Du musst tun, Vegeta. Du? Du? Ha! Nun, dann gehen wir mal ein paar Spaß und spielen mit den Kindern. ja jetzt haben wir auch noch gogeta und verprügeln wir erstmal die scheiß kleinen pissers schlagen wir gothanks wir sind besser in den neuen we won't let you win just because you're our dad careful boys your old men still have a trick or two up their sleeve okay ja jetzt macht der einen aufweichen der geteilt der begleitet ist klar dass der gewinnt die ist klar und fiktig er kürzeln und 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 gut Gebrüßt! Diese Biese Ratte! Ach, was geht denn? Da! Ja, geht doch! Tschüss, du Pestnerkel! Und bye bye! Schade, dass es Turnemba in diesem Teil mitgibt. Aber Infinity Ward gab es ihn dann später. Wobei sie den von 1 zu 1 aus Shimbudokai-Spiel einfach rausgenommen haben. Also wir haben es sich jetzt nicht gemacht bei Infinity Ward. Aber egal, mindestens immerhin. Oh! Well, mein Stimme hat nicht so viel verletzt. Wir haben dich verletzt! Ja, ja, klar. Hey! Du verletzt zu viel auf den Dragon Balls. Jetzt haben die schwelle Dragon Balls auf die Erde gebracht. Wow! Oh! Wie eine schreckliche Kraft! Ich bin nicht sicher, dass ich ihn stark genug bin, um ihn zu verletzen. Aber ich muss trotzdem versuchen! Oh ja! Oh ja! Ich kontrolliere aber erstmal ein bisschen die Stadt. Hey Boomer, wir stecken schon wieder in Schwierigkeiten. Weißt du, wo Vegeta ist? Vegeta trainiert gerade, wie man ein Super Saiyan 4 werden kann. Was? Dann kann sich Vegeta jetzt auch in einen Super Saiyan 4 verwandeln? Du kennst ihn doch! Er wird sich schon bald verwandeln können! Und jetzt los, Koko! Es war ein Feind auf dich! Oh! Nimm das hier mit! Sei bitte vorsichtig, Koko! In Ordnung! Kannst dich auf mich verlassen! Danke! Anstange! Gehen wir mal den Typen! Oh! Da ist was! Ein Speer! Ich hab das noch gedauert! Ich weiß es nicht! Oh! Der ist nicht dran! Koko, spürst du das auch? Irgendwo da draußen ist eine gewaltige Kraft! Ja, und sie ist nicht nur mächtig, sondern auch angsteinflößend! Ich kriege eine Gänsehaut davor! Hör mal, Koko! Meinst du, die Kraft kommt von den Schattendrachen? Was ist ein Schattendrache? Das ist ein böser Drache, der erscheint, wenn man die Dragonbots zu oft benutzt! Man darf sie nur alle 100 Jahre benutzen! Aber wir haben sie viel häufiger benutzt! Vielleicht kommt er jetzt, um die Erde zu vernichten und uns zu strafen! Aber wir dürfen nicht zulassen, dass er die Erde vernichtet! Warte! Egal wie stark du bist! Mit ihm kannst du es nicht aufnehmen! Aber ich kann auch nicht hier rumsitzen und nichts dagegen tun! Ich werde ihn sterben, auf jeden Fall! Gute Einstellung, Goku! Verstöpst du es so oder so? Also wieso sollten wir uns nicht versuchen? Okay! Dann geht's los! Hallo, du bist also extra gekommen, um einsamlich und schmerzvoll zu sterben! Gut, das macht mir die Sache einfacher! Haha, so einfach werde ich schon nicht sterben! Ha! Sieh an, du bist ja noch etwas stärker geworden, aber gegen mich hast du trotzdem keine Chance! Oder? Ja! Und glaube ich, nicht mal als Super Saiyan 4 kann ich ihm etwas gegen ihn ausrichten! Ja, jetzt bist du ledig! Oh nein, noch ist es nicht vorbei! Oh nein! Vegeta! Danke! Du kommst mir zu helfen? Hm! So die Reinforceungen sind gekommen! Well, es geht nicht so, wie viele Verlust werden. Sie sind immer Verlust! Kakarot, es hat mich zu sagen, aber wir werden ihn niemals nicht so schmerzen. Ja, du bist richtig. Das Omega-Shenron ist immer noch etwas stärker als wir sind. Kakarot, wir müssen füge! Huh? Du hörst mich! Ich sagte, wir müssen füge! Jetzt füge auf mich und füge auf mich! Haha, das ist zu viel! Du wirst mich niemals überraschieren! Du bist der beste, Vegeta! Du! Du! Ja! 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 Du! Geh, du. Gute! Da! Ich bin, wie du? Ich bin, Goku! Nein, ich bin, Vegeta! Wer bin ich? Ich bin, der, die du schnauert! C'mon! Das ist ja. Der Kapitän ist. I'm here. I'm here. Big Bad? Was ist das? Got me right now! You're pretty good You're pretty good Playtime's over Woah, this can be a little bit more No, impossible! I, I can't be defeated! I'm invincible! Booze, as long as you continue to overuse the Dragon Balls, I will always exist! Here, I know! Though defeated, Goku could not forget the final words of Omega Shenron! Thus, he continued to train, in order to protect the Earth without the dragon Omega Shenron was shot Zwar Upam had we still not gotten, but no Woah, now the Dragon Balls I can't tell you anything from a Very well 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 Okay, my people, that was the additional question from Goku Mal abgesehen von, uhp, I have all of them picked up Und, ich hoffe es hat euch gefallen Falls ihr unbe- äh, ich werde noch einen, noch einen ganz kurzen Part machen, wie ich U treffe Keine Sorge Aber, das wird nur so ein Zusatzteil, also so ein richtiges Zusatzteil Ich werde da vielleicht noch nicht mehr sprechen Mal schauen! Also, vielen Dank fürs Zuschauen und Macht's schön, gefällt mir und Kommentare Bye bye! Bye bye! Bye bye!